Hi Leute, heute reden wir über ein Thema, das überall zu sehen ist, Empathie. Überall liest man Sprüche wie Empathie ist die Kunst, Emotionen zu verstehen. Oder sich in andere hineinzuversetzen zeigt, wie reif oder intelligent man ist. Aber stimmt das wirklich? Lass uns mal genauer hinschauen. Also Empathie hat zwei Seiten. Die eine ist, wenn du fühlst, was andere fühlen. Das nennt man affektive Empathie. Traurig sein, weil jemand anders traurig ist, zum Beispiel. Die andere Seite ist, die Gedanken und Sichtweisen anderer zu verstehen. Auch wenn du sie nicht selbst erlebst. Das ist die kognitive Empathie. Manche Leute tun sich schwer damit, sich in andere hineinzuversetzen. Das heißt aber nicht, dass sie keine Emotionen für andere empfinden können. Und es heißt auch nicht, dass sie weniger intelligent oder reif sind. Empathie wird durch viele Dinge beeinflusst. Wie du aufgewachsen bist, deine Kultur, deine Erfahrungen und so weiter. Es ist wichtig zu verstehen, dass Empathie nicht schwarz oder weiß ist. Man kann nicht einfach sagen, jemand hat Empathie oder hat sie nicht. Jeder ist anders und Empathie kann man lernen und verbessern. Statt Empathie als Maßstab für Intelligenz oder Reife zu verwenden, sollten wir anerkennen, dass jeder Mensch anders ist. Wir alle können dazu beitragen, eine verständnisvollere und mitfühlendere Gesellschaft zu schaffen. Was denkt ihr darüber? Teilt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Jetzt